Die Gustav-Konrad-Holz-Technik produziert hochwertige Möbelteile und Federholzrahmen für Möbelhersteller europaweit. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Schreinerhandwerk fertigt das Unternehmen heute in der dritten Generation flexibel, qualitätsstark und zuverlässig. Von MDF bis Massivholz und individuell nach den Vorgaben der Kunden. Ein moderner Maschinenpark und eine durchdachte Logistik mit großem Lager für Massivholzplatten, mit Zwischenlager und einem großen Fuhrpark ermöglichen die Produktion und Lieferung just in time. Aus MDF und Spanplatten werden Griffleisten, Aufdopplungsleisten, Zierleisten, Rahmentüren mit Füllungen, Kopf- und Fußteile, Bettseiten und Obergrenze produziert. Im Werksverkauf erhalten Sie Federholzrahmen aus umweltfreundlichem Massivholz. Lackiert auf Wasserlackbasis, verbessern Sie den Schlafkomfort durch Ihre außerordentliche Qualität. Mit Kautschuk-Taschen für besondere Strapazierfähigkeit, mit stufenloser Härteregulierung und robuster Höhenverstellung. Gustav-Konrad – über 100 Jahre Fertigung von Qualitätsmöbeln.